Willkommen zu einem neuen Video und ich glaube einigen von euch wird das Spiel Cooking Companions noch ein Begriff sein. Wenn nicht, dann empfehle ich euch direkt einmal unten in die Beschreibung Cooking Companions anzuschauen. Es ist ein ultimativ cooles Game. Kurz angerissen, es geht darum, dass wir anfangs in eine Hütte geflohen sind, dort ankommen. Wir haben nur ein begrenzt Essen bei uns und auf einmal gibt es eine Flut und wir kommen nicht mehr aus der Hütte raus, weil wir alles überflutet ist und das Essen geht aus. Mehr möchte ich noch nicht verraten, es ist echt sehr dramatisch. Es ist sehr, sehr cool. Schaut es euch an. Der Plot Twist ist übel, übel gut. Deswegen, falls ihr Cooking Companions noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das hier ist nämlich der Downloadable Content des DLC dazu. Jetzt erfahren wir nämlich was mit diesen Cooking Companions, also diesen Koch, beziehungsweise diesen Kohl und Apfel und Zwiebel und diesen Pilz auf sich hat, weil wir hatten immer so komische Flashbacks und wie Halluzinationen, wo immer diese Cooking Companions, also diese Kochbegleiter heißt es eigentlich im Prinzip, immer mit uns gesprochen haben. Und heute erfahren wir, was nämlich mit denen auf sich hat, weil man ja am Ende des Games schon irgendwie erfahren hat, dass das auch Opfer gewesen sind. So. Ich hoffe, ihr seid angefixt. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall den ersten Teil. Das ist so ein gutes Game. Und an alle, die sich noch an das Spiel erinnern können, wir gehen jetzt rein in das DLC und werden jetzt, äh, herausfinden, was es, äh, beziehungsweise was mit den eigentlichen Competies passiert ist. Deswegen gehen wir jetzt zu Cooking Companions Origins, der Ursprung allen Übels rein. Let's go. Ich freu mich. Lasst mir gerne ein Abo da. Wird mich sehr freuen. Über einen Daumen nach oben natürlich auch. Dann empfehlt mir gerne weitere Games. Start Cooking Companions Normally, Ending Nightmare, Competies Origin will ich. Man kann es auch, glaube ich, im Anschluss machen. Da ist die Hütte, von der ich übrigens gerade gesprochen habe. In die sind wir im ersten Teil geflohen. Rainer, check mal das aus, sagt Selina. Oh, eine Hütte. Hier nach oben. Ja, und in dem ersten Teil war diese komplette Hütte bis hier oben überflutet. Wir kamen nicht raus. Was ist mit dem Psychopathen? Oh, wir haben ihn vor ein paar Kilometern verloren. Keine Sorge. Ja, der wird uns sicherlich nicht hierher folgen. Sieht nicht so aus, als wäre jemand zu Hause. Hallo? Komm schon, Rainer. Die Sonne geht unter. Lass uns hier auf jeden Fall unterkommen. Nur für diese Nacht. Natürlich, das ist eine gute Idee. Glaubst du, das ist eine gute Idee, Selina, sagt Rainer? Selina sagt natürlich. Oleg sagt, Front Door has a few different ways to lock it. Arke, die Vordertür hat ein paar verschiedene Wege, dass man die Tür, also hat ein paar Wege, dass man die Türe verschließen kann. Wir sollten ihn also draußen aussperren, wenn er kommt. Also wir sollten quasi sicher sein. Ich hoffe, hier gibt es einige Snacks. Oleg. Ich glaube, wir haben, I guess we don't have a good choice. Ich glaube, wir haben keine andere gute Wahl. Well, head back to Zekopane in the morning. Don't worry about it. Okay. Okay, wir gehen morgen zurück nach Zekopane im Morgen. Also keine Sorge darüber. Ich habe auch gelesen, als ich über das Spiel quasi die Story Explained angeschaut habe, dass das irgendwie in der Ukraine spielt und die Leute geflohen sind. Ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Jahr das spielt, aber das war scheinbar in einer Zeit, in der die Leute aus der Ukraine wegen Hungersnot geflohen sind. Es ist doch nur für heute Nacht. You decided to join up. Du entscheidest dich quasi mit deinen Freunden hineinzugehen. Okay, let's go. So, das ist Selina. Ich mache die Musik ein bisschen leiser. So, Selina, hast du die Tür abgesperrt? Alles abgesperrt. Selina sagt, siehst du ihn draußen im Fenster? Oleg sagt, nein. Er ist wahrscheinlich wieder zurück zur Stadt gelaufen. Ach, ist denn sonst noch irgendjemand hier? Reiner sagt, no, yelled and stomped around. Nothing. Nein, ich habe geschrien und herumgetrampelt. Es ist niemand da. Hm. Diese Hütte, ich habe Fork in the Road, habe ich gefunden. Habe ich als Errungenschaft freigeschaltet. Diese Hütte ist verlassen. Lass uns hier heute Nacht bleiben. Was? Relax. Es wird heute Nacht sehr kalt draußen werden. Also, es ist entweder er oder wir. Ähm. Lass uns aber trotzdem verhindern, dass wir kein Feuer machen. Ich möchte nicht, dass er uns aus der Distanz zieht. Kein Feuer? Wir sind überall Decken im Schlafzimmer. Wir werden also fein sein, Oleg. Diese Hütte sorgt irgendwie dafür, dass ich Gänsehaut bekomme. Ähm. Whenever Bollick gets nervous, he tells a joke to break the tension. Also immer, wenn Bollick nervös wird, erzählt er quasi einen Witz, um die angespannte Situation zu entspannen. Ich werde hier mal, weil ich davon ausgehe, dass ihr das Video jetzt schaut, wenn ihr den ersten Teil bitte geschaut habt, werde ich jetzt mal was sagen. Ich glaube, ich weiß, von wem wir verfolgt werden. Und zwar von dem Typen, der uns alle umgebracht hat und gefressen hat. In dem Fall von mir, weil den habe ich im ersten Teil gespielt. Und im ersten Teil sind wir mich davon ausgegangen, dass wir mit zur Gruppe gehören. Dabei waren wir der Besitzer der Hütte und haben die Gruppe einfach nach und nach aufgefressen. Und ich glaube, dass wir in dem Teil nicht uns selbst spielen, sondern der sind, der die gejagt hat, um sie zu fressen. Und dort gab es ja damals Kannibalismus, weil die Hunger so zu groß war. So. Ich habe einen von Raisels klassischen Witzen für euch. Äh, wie nennt man ein, äh, what do you call, äh, wie nennt man ein Ding? Das Kind eines Schneemanns. Children! Haha, weil chill ist kalt. Und Kind heißt Kinder, also Kinder quasi. Und chill ist ja, wie man friert. Hahaha, äh. Lasst uns einfach mal aufteilen und wir suchen die Hütte. Schaut mal, ob ihr etwas zu essen finden könnt für heute Nacht. Ich nehme das Schlafzimmer. Ich werde im Wohnzimmer nachschauen. Okay, ich werde mal in der Küche schauen. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Bist du sicher? Natürlich! Ich weiß genau, wo ich als erstes schauen werde. I got the Sarcopane Junior Baker Award. Ach, erinnerst du dich nicht? Ich habe den Sarcopane, das ist die Stadt, wo wir herkommen, Junior, äh, Buck Award, also Preis gewonnen. Erinnerst du dich? Ach, Selina. Na gut, alle miteinander. Lasst uns ausströmen. Also ich muss ehrlich sagen, würde mich irgend so ein gruseliger Killer, der mich fressen will, verfolgen, würde dieses Schloss mich nicht beruhigen. Hilft dem Team quasi, äh, irgendwelche nützlichen Dinge zu finden in der Hütte. Dein Bund mit Selina, Oleg und Bolleck ist unbrechbar. Focus, focus on exploring. Konzentriere dich darauf, die Kabine oder die Hütte quasi zu durchsuchen. Du bekommst immer nur eine, oh, you only get one choice. Du bekommst immer nur eine Auswahl, also wähle Weise. Möchte, wen möchtest du zuerst helfen? Ich bleibe mal bei Selina in der Küche. Selina in der Küche. So, lead by example. So, lass mich dir helfen, Selina. Oh, nur wenn du, äh, nur wenn du wirklich darauf bestehst. Also ich spiele jetzt auch jemanden. Ich denke, da das Gemüse ja zu viert war und wir sehen nur drei, bin ich jetzt eines der Gemüsen. Ich weiß aber noch nicht wer. So, only if I insist. Also nur wenn ich dich brauche. Welche, welchen Bereich möchtest du als erstes durchsuchen? Countertops, also hier oben auf den Schränken, in den, äh, Ofen oder aufhören zu suchen. Ich mach mal inside the cauldron oder die Ofen. Ich bin mir jetzt grad noch unsicher. Weil man muss auch, ähm, auch vom ersten Teil, also ich kann im Kessel oder Ofen schauen, man muss im ersten Teil auch immer öfter durchsuchen. Ich guck mal im Kessel und im Ofen. Du suchst in, äh, drinnen vom, äh, vom Kessel als erstes irgendetwas gefunden. Nein, nur irgendetwas ekliges am Boden. Haha. Dieser Kessel ist fast so groß und schwer, äh, wie dein Mantel, Selina. Haha. You are covered for fall and, äh, winter. Also ich bin ja quasi vorbereitet für den Herbst und den Winter. So, saves my family a trip to the Zepone Market. Okay. Right. So, ich guck nochmal rein. Look inside the oven. Oh. Ein, äh, Bonefragment, also ein Knochen. Selina, hast, ich habe Knochen gefunden. Hühnerknochen? Selina schaut genau nach. Die sind zu groß wie Hühnchen. Run. Dö, 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 dö. Nicht sicher. Sieht so aus, als wäre es von demselben Tier. Aber die Größen sind unterschiedlich. Ein junges und ein altes Skelett? Korrekt. Du sie zurücklegen. Es ist wirklich schrecklich. Ich bringe die Knochenteile wieder zurück in den Ofen. So, ich gucke noch mal. Ich gucke, jetzt kommt was anderes, obwohl ich immer noch das gleiche durchsuche. You notice a deep jar near the back of the oven. Das heißt, man muss tatsächlich immer wieder alles ein bisschen näher durchschauen. Also, ich habe quasi ein paar etwas verkohltes Nähe des Backofens gefunden. Sieht aus, als wäre irgendetwas gegen die Wand geschlagen worden, um es noch mal brennen zu lassen. Something alive crammed. Ist irgendetwas Lebendiges in den Ofen gekochen? Also, da ist jemand verbrannt, lebendig, der versucht hat rauszukommen. Nochmal. Dieser Ofen erinnert mich... This oven reminds you of the ones you are. Dieser Ofen erinnert dich an denen, die du in Sakopane, wo du herkommst, benutzt hast. But the brick layering is much more advanced. Also quasi wie die Steine gelegt sind, ist trotzdem viel hochwertiger, als was du zu Hause gesehen hast. Vielleicht ist es Zeit, etwas bollig oder ollig zu discoveren. So, Countertops. Oh, wow. The mortar and pestle has gotten a lot of use. Was ist das? Also, wir müssen tatsächlich, wie ihr gerade seht, immer wieder öfter schauen, ob wir Dinge öfter durchschauen. Weil wenn wir es nur einmal machen, finden wir Dinge nicht. Ist Mortar nicht Granatenwerfer? Granatenwerfer. Ein Granatenwerfer? Es ist ein Kochtool. I used to grind herbs and plants and seeds. Also es hilft quasi, Pflanzen und Samen zu schälen. Hast du das noch nie gesehen? Ich dachte, das wäre ein Granatenwerfer. Nein. Okay. Lass uns mal rübergehen zu Ollig. Seine Mutter, lass uns nächstes Mal zu Olligs Haus rübergehen. Seine Oma hat nämlich welche. Das hört sich gut an. So, nochmal Countertops. Also ich entdecke quasi, dass dort Gewürze und alles runterhängen oder Kräuter quasi über dem Waschbecken runterhängen. Was ist mit diesen Kräutern? Sind sie, äh, sind sie, äh, sind sie edible? Kann ich sie zu etwas hinzufügen? Tanzt, berühr sie bloß nicht. Wah, warum nicht? They are ensigned. My property turned into dust if you touch them. Ach so, sie sind quasi, sie werden gerade aufgehängt, um zu trocken. Wenn ich sie anfasse, dann werden sie wahrscheinlich zu Staub verfallen. Ähm. Bollig würde wahrscheinlich trotzdem einfach lieber Staub essen als nichts. Reiner lacht. Nochmal Countertops. Hast du die, äh, did you check the cupboard next to the dried herbs? Hast du quasi die Schränke direkt neben den getrockneten Kräutern schon durchschaut? Nein. You noticed a meat cleaver sinking out of a butcher block. Oh, ich equipte einen meat cleaver. Deswegen ist es immer wichtig, dass ihr alles durchsucht. Hätte ich jetzt nur zweimal durchsucht, hätte ich es nicht gefunden. Ich habe einen Fleischspalter gefunden. Ach, leer. Ja, ich glaube, den brauche ich später für die Story. Es gibt ja mehrere. Did someone rob, hat jemand diese Kabine ausgeraubt? Ja, Kinder wie wir, die auf der Flucht waren vor den menschenfressenden Typen. So, okay, nochmal kurz Countertops. Wow. Äh, was ist denn mit dem meat cleaver, Ryan? You like it? Ich habe es von dem butcher block geklaut. Also, das war dieses Messer steigt ja irgendwo drin. Ich habe es runtergenommen oder weggenommen. Also, ich bin quasi, you're freaking, du machst mich echt verrückt. Bring das zurück. Oh nein. Soll ich den meat cleaver zurück tun? Nein, werde ich nicht. Nein. So, leave it to the cleaver. He could still be outside, Selina. Ich bin quasi Ryan. Sehe ich gerade. Er könnte immer noch draußen sein, Selina. Ryan. Wir haben noch, äh, wir haben ihn verloren. Er verfolgt uns nicht mehr. Bring, mach den meat cleaver zurück. Keine Sorge. Wir sind doch sowieso oben und nahe an ihn dran, um zu entkommen. Übrigens, es würde Olic auch sehr Angst machen. Da hast du recht, haha. Scheiße, das war jetzt schlecht, dass ich es, dass ich es doch, äh, nochmal geklickt habe. Die, die, das Geschirr ist widerlich. Da hast du recht. Ähm, also ich hätte jetzt nicht nochmal schauen sollen, sonst hätte ich das jetzt. Kann ich das nochmal zurückspulen? Kann ich nochmal speichern? Shit. Ähm, it looks like insects. Also, es sieht aus, als wären Insekten, äh, in dem, in den, äh, in den Resten von dem Essen drin. Dann, ach, das ist ja wirklich widerlich. Das muss wirklich für eine ganze lange Zeit zurückgeblieben, äh, worden sein. Ja, wie auch immer. Wer auch immer diese Kap-, diese Hütte, ähm, besitzt, ist extrem faul. Ja. Nochmal Countertops. Ich glaube, wir sollten jetzt endlich mal, äh, äh, wir haben die, ähm, die oberen Schränke jetzt schon wirklich genug durchsucht, Ryan. Es ist Zeit, irgendwo anders zu suchen. Ähm, okay. Ein weiterer Blick kann nicht, äh, schaden. Ich gucke nochmal in den Ofen. Ich schaue über, äh, quasi am Boden des Backofens. Ich habe einen Zettel gefunden. Creepy Note. Hi, saw the, saw, I saw you, Femmes, outside. Kids are needed. Please teach me to secret liebreeding. Ist auch falsch geschrieben. Him, here, on Sunday, you won't have to do anything. Please teach me to your secret. Okay, also da hat irgendjemand den Butcher, glaube ich, geschrieben, dass er durchs Fenster gesehen hat, was er tut. Und er soll ihm bitte beibringen, wie das geht, oder? Ich habe die Creepy Note genommen. Guck mal, Selina. Was ist denn das? Hat der ein Kind geschrieben? Ich bin mir nicht sicher. Was auch immer. Ein Kind oder ein Erwachsener. War also nicht sehr gut in der Schule. Ähm. Ich glaube, das ist, oder es war selber der Butcher, also der, den wir im ersten Teil gespielt haben. Über welchen Zaun sprechen sie? Ich sehe keinen Zaun draußen. Die größere Frage ist, was zur Hölle ist deren Geheimnis? Oder was hat sie hierher gebracht? Das stimmt. So, nochmal Ofen. Die Note you found, die Notiz, die du gefunden hast, war wirklich sehr verstörend. Vielleicht ist es Zeit, einfach nach Bollig und Oleg zu schauen. Okay, hier geht nichts mehr. Ich gucke nochmal Countertop. Ich glaube, wir haben wirklich alles hier abgecheckt. Es ist Zeit, woanders zu suchen. Okay, dann hören wir mal auf zu suchen. Ich glaube, sonst kann ich hier nichts mehr finden. So, ich glaube, wir haben hier alles abgecheckt, Selina. Da hast du recht. Ratten. Hast du schon unter dem Waschbecken geschaut? Du schaust unter dem Waschbecken. Nichts. Es fühlt sich irgendwie seltsam kalt darunter an. Nichts. Na gut. Lass uns sehen, was Bollig und Oleg alles gefunden haben. Rainer. Lasst uns gehen. Companion, let's move out. Da haben wir es wieder. Too much Paktzik, Ryan. Was ist ein Paktzik? Schläfst du? Nein, ich starre nur, ich schaue nur in die Wolken. Oh ja. The drowning of Marsana is in a few minutes. The drowning of Marsana, das Ertrinken von Marsana, ist in ein paar Minuten. Let's burn that witch and throw her in. Lass uns diese Hexe verbrennen und sie in den Fluss schmeißen. I hate you at a one task with the burning. Ähm. Ich habe gehört, du bist die, die beauftragt wurde, sie zu verbrennen. You know how to shoot an arrow that's on fire, Selina. Du weißt also, wie du quasi schießen kannst mit einem Pfeil und Bogen, der brennt. Äh. You can bring the green branch to the village this year, Rainer. I got that witch. Ist das gerade ein Witz? Haha, alright. Helping hand. Time to get, also es ist Zeit aufzustehen. Ähm. Lass uns mal rausgehen aus diesem, also quasi, dass er nicht mehr in die Wolken start. Ich glaube, die spielen nur ein Spiel, oder? Selina takes you down to, Selina nimmt mich mit runter zum Fluss. Downstairs, äh, downstream, also unten am Fluss ist die Hexe Marzana. Made of Straw and Sticks. Achso, sie wurde aus Stroh und Sticks gemacht. Okay, ich verstehe. Haha, sie wurde aus Holz gecraftet. Und sie würde quasi Feuer, ähm, nicht, äh, überstehen. Aber wie zielt man eigentlich auf einen Body, auf einen Körper? Selina feuert drei flammende Pfeile auf Marzanas Raft ab. Aber nichts, es connectet halt nicht. Sie brennt nicht. Wenn du quasi, äh, the F-I has fallen down into the water. Als ich versuche zu zielen, fällt sie auf einmal ins Wasser. Diese, diese Crafting-Puppe. Hilf mir, sie raus zu fischen, Rainer. Das, der Gewicht ist doch überraschend leicht. Trying to drown it. Ich dachte, es wäre schlecht, diese Kreatur anzufassen, nachdem sie ertrunken ist. Das ist doch nur eine Super-Ä, also quasi ein Gerücht, Rainer. Wir müssen sie verbrennen. Dann müssen wir sie ertränken. Das ist das komplette Ritual. Schrecklich. Hahaha. Oh, ha, ha. Marzana, Marzana, swim across the sea. Also sie wird... Sie haben quasi einfach ein Konstrukt einer Hexe gebaut in Form von Stroh und Stöcken. Die ist jetzt aber, als ich sie abschießen wollte, ins Wasser rein. Er meinte, es ist nicht gut, wenn man die rausholt. Sie meinte, das ist egal. Wir müssen die erst verbrennen und dann müssen wir sie ertrinken. Oder ertränken. Okay, ist aber ganz schön grausam. Oh, what the hell are you... Was zur Hölle macht ihr zwei? Wir helfen Marzana auf ihre Füße zurück. Sie ist sehr leicht. Komm und hilf uns. Ich tanze, ich berühre das nicht. Haha, Oleg. Oh, oh, vielleicht ist es wirklich ein Fluch gewesen, den wir jetzt hier irgendwie erleben, weil wir das gemacht haben. Okay, thankfully no one of the adults caught you messing around with the F. Okay, niemand von den Erwachsenen hat quasi herausgefunden, dass wir mit diesem Bildnis oder eben dieser Kreatur rumgespielt haben. But while Oleg was jetzt... Aber während Oleg dich angeschrien hat, fühlt es sich an, als würde ich beobachtet werden. Gegenüber vom Fluss habe ich eine... A strange man pretending to skip stones. Gegenüber vom Fluss sah ich einen komischen Typen, der so tat, als würde er quasi diese Steine übers Wasser springen lassen. Seine ekelhaften Haare, seine verstruppelten Haare schienen im Sonnenlicht. Smirred on his vest. Some of the oils are smirred on his vest. He opens his mouth in an awkward smile. The thief jacked and uneven. Also er öffnet seinen Mund mit dem sehr gruseligen Lächeln. Er lief langsam zurück. Die Hetz. Er ging quasi in die umgekehrte Richtung vom Festival. Direkt in die Wälder. Ich bin rübergegangen, um mich mit Bolleck und Oleg zu treffen. Wie gruselig. Da hat er uns schon beobachtet, ne? Okay, Team. Irgendwas gefunden? Nur irgendwelche alten Spielzeuge in einer Schublade. Und sehr alte Spielzeuge. Bolleck? Ich habe ein Spielzeugboot unter der Couch gefunden. Lass mich das mal sehen. Grandma hat dieses Boot für ihn gemacht. Oh. Shipwreckt. Raisel. Raisel war hier? Raisel war hier? Raisel? Der war einzig wahre. Könnte er immer noch hier leben? Seeing him again would bring Grandma back from the Brink. Wenn Mutter ihn wiedersehen würde, würde es sie wieder quasi zum Leben erwecken oder Großmutter. Wir müssen ihn finden. Ja, ich stimme zu. Crew. Wir müssen unbedingt die Hütte vom Boden bis, von oben bis unten absuchen. Lass uns Raisel. Raisel? Raisel? Oder wie sprich ich das aus? Ratsail? Raisel? Finden und ihn zurück zu Zacapone bringen. Wahrscheinlich ist der, ist der wahrscheinlich verschwunden, ne? Dieser Raisel ist wahrscheinlich ein Kumpel von uns, der verschwunden ist. Wir haben hier sein Spielzeugboot gefunden. Du hast es, Selina. Olek, Olek, komm mit mir. Lass uns mal draußen rumsehen. Reiner? Ähm. Reiner, look around the cabin and try to find any clues to where Raisel's is. Also quasi, wir sollen außerhalb der Hütte schauen und gucken, ob wir Hinweise finden, wo er sein könnte. Dieser Psychopath sollte immer noch irgendwo draußen in den Wäldern sein. Wenn du irgendetwas hörst und schreien oder einen rufen, dann finde uns. Okay. Natürlich, Selina. Danke. Ähm. Wir werden auch auf dich hören. Ich bin gut. Crew? Let's move out. Oh Gott, das ist ganz schön gruselig, ne? Hm. Selina, Bollek und Olek. Ähm. Leave you. Willst du also lassen mich quasi zurück, damit ich alleine die Hütte durchsuchen kann? Ey, ich würde mich so einscheißen. Wo sind sie alle? Niemand sagt mir irgendein Wort. Es hört sich an, als würde es von der Küche kommen. Ich gehe rüber zur Küche, um das Ganze zu investigaten. Oh Gott, das ist gruselig. Oh Gott. Hallo? Ey, wie sieht denn das auf einmal aus? International Flight. Elia Sayu da Cabana? Nao? Vok Estra realmente empiergo saia logo deselugra am lodicioa e unuca volte. Elma pego e sebaru das mois pais porodoro o etiano e troxa para qui para qui ich weiß was er sagt El vai devara todos vos tuyam sayam I'm sorry I don't understand what you tu me leid ich verstehe nicht was du sagst ha 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 polnisch ach das ist der pole ist das polnisch? Soll ich das mal übersetzen? Komm lass uns das mal gucken ob das funktioniert. So polnisch. Ich gucke mal ob das wirklich polnisch ist. Ist ja eigentlich glaube ich wichtig was er sagt. Also alle die jetzt polnisch können haben hier einen... Oh das ist aber nicht spanisch oder? Das hört sich nach spanisch an. Das ist nicht polnisch. Ich glaube es ist spanisch. Ne. Das wird alles nicht übersetzt. Das wird alles irgendwie nicht übersetzt. Ist das überhaupt eine Sprache? Die man verstehen kann? Also ein Drawing ist pushed. Ein äh of the cabinet. Also da kommt quasi... Ist ja witzig. Also wenn ihr wisst welche Sprache das ist, haut es gerne raus. Er übersetzt mir halt aber hier einfach gar nicht. Da sind jetzt auch mehrere Sprachen einfach zusammen äh geschubst. Ich weiß es nicht. Okay. Also aus einem der Schränke kommt eine Zeichnung raus. Elfes alguns deses hos ontes demora. Okay. Eine Tür. Es sieht aus als hätte jemand ein Stück mit Kohle, das hier ein Stück mit ein Stück Kohle das gezeichnet. Sind das etwa Gitterstäbe vor... Also Bars of a Cage sind das Gitterstäbe von einem Gefängnis. Hm. Und er starrt auf eine Tür. Hm. Ich nehme mal die Käfigzeichnung mit mir. Hört sich so spanisch an. Los Muchachos. Ich höre wieder ein Kind schreien. Nicht gut. Kinder geschreien. Horrorgames ist gruselig. Selina, Oleg, Bollek? Keine Antwort. Na scheiße. Warum teilen man sich auch vier Leute auf, dass drei rausgehen, einer bleibt allein? Reiner. Wir haben etwas gesehen. Unten. Etwas seltsames am Hügel. Es sieht ja aus wie ein alter Zaun mit Knochen. Überall darum gebunden. Es könnten Tierknochen sein. Ich konnte nicht sagen, was es ist aus der Distanz. Wir hörten jemanden flüstern, als wir, bevor wir zurückkamen zur Eingangstür. Hast du irgendwas gefunden? Du wirst es mir nicht glauben, wenn ich dir das sage. Komisches Geflüster kommt von unter der Küche unter dem... Also er hört komisches Geflüster vom Waschbecken unter der Küche. Geflüster? Ist das ein Ghostbrior? Ich bin mir nicht sicher. Ich konnte kein einziges Wort verstehen. Hm. Geister? Bollek? Er versucht wieder die Stimmung ein bisschen aufzuheitern. Ich habe noch einen anderen Witz von Razel's Witzen für dich. What do Geists like pouring over their food? Was streuen Geister gerne über ihr Essen? Bollek. Gibst du auf? Gravery. Gravy. Gravy. Gravy? Also halt Gravy wegen Grab. Was ist nochmal Gravy? Ist ja witzig. Gravy ist quasi schwer und er sagt quasi Grab. Hahaha. Hahaha. Hä? Das war... Es war wahrscheinlich nur das alte Knarzen von dieser Hütte, Rainer. Nicht sowas wie ein Geist. Das hat sich wirklich echt angehört, Selina. Na ja. Wie du siehst... Wenn du es wieder siehst, lass es mich wissen. Dieser Zaun draußen war wirklich sehr beängstigend. Wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Aufmerksamkeit... Also let out guard da und wir dürfen. Wir müssen wachsam sein. Ja. Können wir... Ähm... Can we not... Können wir bitte aufhören, uns aufzuteilen? Haha. Ja. Guter Punkt. Ich habe Angst. Ähm. Davor, dass wir schon wieder uns trennen. Natürlich, Orlik. Wir sind ein Team. Und Teams bleiben immer zusammen. Durch dick und dünn. Ja, aber nicht in Horrorgames. Ihr habt euch gerade einfach zu dritt verpieselt und mich allein gelassen. Wer macht denn sowas? Man bleibt doch mindestens immer zu zweit. I don't get it. Rain or shine. Haha. Feast in feminine. Oh, du hast recht. Du hast recht, Selina. Wir möchten einfach nur jemanden von euch verlieren. Wie zum Beispiel Reseysel. Also Reseysel. Rese... Reseil. Reseil. Ich nenne einfach Reseil. Reseil. Reseil ist, äh, komplett verschwunden. Ist also ein Freund von uns. Das wird nicht passieren. Wir sind zusammen, Orlik. Bollek, du, äh, bist eine Nachteule. Kannst also heute, ähm, wachstehen, während wir schlafen? Natürlich. Danke, Bollek. Bollek und ich werden quasi, ähm, das, das, äh, das, äh, das Schlafzimmer nehmen. Seid ihr okay mit dem, äh, Wohnzimmer? Ja. Danke, Bollek. Äh, Bollek weckt dich auf, wenn er irgendetwas sieht oder hört. Habe ich verstanden. Warum schlafen wir nicht alle zusammen im Wohnzimmer? Orlik und Selina gingen raus, ähm, zum Schlafzimmer. Ähm, und sie öffnen die Tür. Opening the door fully behind them. Aber warum machen sie die Tür zu? Du legst dich nach unten auf die Couch und fällst direkt ein in den Schlaf. Ich würde niemals schlafen können, wenn ich sowas gehört hätte. Sorry. Sorry, nah. Du schließt deine Augen. Aber du kannst nicht darüber, äh, aufhören nachzudenken, was, äh, der Schlachter von, über den Schlachter von Zaccapernal. Ähm, sein drittes Opfer ist, hätte, ist, ähm, wahrscheinlich am schlimmsten zugerechnet worden. In den Bauch, äh, er wurde in den Bauch gestochen, wie die anderen beiden. Aber diesmal war es anders. Der Körper von dem dritten Opfer hat beide Ohren nicht mehr gehabt. Also, Investigatoren, ähm, es was, äh, äh, gehen davon aus, dass es einen, eine Copycat to a series of grizzly murders from a year ago. Sie glauben quasi, dass es nicht der Mörder war, sondern dass es halt einfach nur, dass es einen Mörder gibt, der die, der die Tat kopiert hat. Oder dass es ein Grizzly Bear war, von der von Jahren schon jemanden getötet hat. What kind of person, welcher, äh, welche Art von Person würde jemanden die Ohren wegnehmen? Also, sie glauben quasi, dass die Tat einfach nur von dem Originaltäter, von irgendeinem anderen nachgemacht worden ist. Deswegen Copycat. Die, äh, Opfer der Familie und die Nachbarn suchten den Mörder. Von, 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 die suchten also quasi alles ab, um den Mörder zu finden. Alles, was sie gefunden konnten, war, finden konnten, war ein zerbrochenes Fenster, das der Butcher, äh, quasi zerstört hat, um sich Eintritt in das Haus zu verschaffen. Es war ein Mysterium, das niemand in Sakopane jemals lösen konnte. Also, Selina, Oleg, Bollek und ich haben uns zusammengeschlossen, um den Killer zu finden. Ah, deswegen sind wir hier. Wir, deswegen, wir sind nicht wie die anderen durch Hungersnot geflohen, sondern wir sind hier, um den Killer zu finden. Deswegen sind wir also in der Timeline noch viel weiter hinten als beim ersten Teil. Selina was natural, also natürlich, Selina war natürlich der Anführer, plotting out Vantage Points to, äh, on a Dusky Maps, äh, her, okay. Sie hat quasi eine alte, kaputte Karte, die sehr verstaubt war, rausgefischt, die ihr Großvater ihr gegeben hat. Bollek hat Snacks mitgebracht, ähm, was er auch Notfallration nennt, was meistens irgendwelches altes Brot war in seiner Tasche. Oleg war in der Lage, ähm, Tipps von seiner, äh, von seiner Oma zu bekommen. Eine, äh, ehemalige Detektivin. Aber sie hat gesagt, sie wäre, es wäre nur dafür, um quasi das Opfer zu finden und nicht den Killers, sonst hätte uns die Oma bestimmt keine Tipps gegeben. Unsere Investigation hat mehr als ein Jahr gebraucht. Ähm, den Town Invest, often getting to crime scenes quicker than Town Investigators. You have us, ich hatte einen komischen Traum. Ich habe einen Körper gefunden. Schon einen sehr frischen. So frisch, dass das Blut immer noch aus dem Körper lief. Iiii. Irgendwie habe ich immer diese komischen, also dann hat uns 100 pro dieser gruselige Typ getroffen. Ähm, die fettigen Haare des Mannes. Äh, the greasy haired man. Ah, der Mann mit den fettigen Haaren hat mit mir Augenkontakt aufgenommen und winkte mit seinem, äh, Messer auf, oder, oder, äh, zeigte mit dem Messer auf seine Brust. Ich habe weggeschaut, um abzuhauen, aber ich bin gefangen, äh, in the alleyway. Es lau-, äh, läuft langsam auf mich zu. Ähm, Forcing a love that comes out in a neutral strength. Okay, er lacht quasi, ha, 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 irgendwie gruselig, was mich, äh, absolut, äh, erschocken ließ. Es, wenn er, als er näher kommt, habe ich, äh, seine Pupillen bemerkt. Die sind absolut groß. Ähm, als er sein Messer zeigt, wird sein, äh, 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 his face peels apart by the lips screeching in painted agony. Also er schaut quasi jetzt wie ein Psychopath. Ich bin quasi im kalten Schweiß. Oh, wie gruselig. Ich bin im kalten Schweiß aufgewacht. Äh, wacht alle auf. Bums in the night. Bollig. Es ist drei Uhr morgens. Ich habe etwas draußen gehört. Oh Gott, da würde ich so durchdrehen. Was? It, one of those crows, they never shut up. Ach, es ist also eine von diesen, ähm, crows, sorry. Von diesen Krähen. Sie sind einfach niemals ruhig. Es ist er. Äh, Selina. Er ist es. Was ist der Plan? Selina macht, äh, make the group secret hands. Er macht das, äh, geheime Zeichen, ähm, das geheime Handzeichen und das Zeichen der Gruppe. Er ist richtig gruselig. Only whispering, äh, nur flüstern ist jetzt ab, jetzt erlaubt. Bollig, Oleg. Augen auf die Tür und auf das Fenster. Wenn er reinkommt, rennt ihr aus der Vordertür die Treppen runter. Oh, die Treppen runter. Die Treppen runter. Was ist, wenn, äh, das, there's less room. Was ist, wenn es da unten noch weniger Raum gibt zu entkommen? Dann müssen wir ihn manipulieren und die Lichter ausmachen. Ja gut, aber das ist seine Hütte, Mann. Er kennt sich da doch besser aus. Findet quasi, ähm, die, äh, die Glühbirne. Und wenn er näher kommt, dann macht das Licht aus. Er hat ein Messer. So, run for the front door. Genau, also lauft raus aus der Tür, wenn die Tür offen ist. Was ist, wenn das nicht funktioniert mit dem Licht, wie wir da unten sind? Unsere Augen können besser sehen, wenn es dunkel ist, als du, äh, was? Aber eyes can see better in the dark than him. Warum sollten, ach so, weil wir quasi jetzt schon in der Dunkelheit sind. Stimmt, weil unsere Augen haben sich länger an die Dunkelheit gewöhnt. Wir können in Kreisen um ihn herumlaufen, während er blind die Treppe runterläuft. Äh, äh, äh. Er hat keine Chance. Äh, äh. Okay. So. Bolleck, kannst du ihn quasi outrunnen, also ihn ablenken? Natürlich. Reiner. Du, siehst du irgendetwas aus dem Fenster? Oh Gott, wie groß ist das? Muss ich aus dem Fenster gucken, Mann? Ey. Der Regen hat noch nicht gestartet. Aber ich kann sehen, dass ein Sturm aufkommt in der Ferne. Vielleicht, äh, vielleicht wird es jetzt ihm zu ungemütlich. Jedenfalls, wenn er nicht durch das eine Fenster kommen will. Das Fensterglas ist dick. Wenn er versucht, es zu zerbrechen, würden wir es hören. Wer auch immer diese Kabine gebaut hat, hat es auf jeden Fall vorgehabt, lange hier zu bleiben. Irgendetwas gesehen, Reiner? Nichts. While keeping watch, I found... Also, während ich quasi beobachtet habe, habe ich das hier im Schlafzimmer gefunden. Hier. Okay. Ach, guck mal. Da sind wir am Essen und erst dieses Gruselige. Was zur Hölle ist das? Ein kleines Kind und ein großes Monster. Hat das Rezel gemacht? Es muss er gewesen sein. Wenn wir seinen Körper finden, in einer vielleicht, äh, eingestopft in einer, ähm, in einem Fass. Ah, when he found the body stuffed into the barrel, that creeps are out of run. Ah, als wir quasi diesen Körper, ach, wir haben den Körper gefunden, in einen Fass gestoppt, hat uns dieser Creep wahrscheinlich gesehen, wie wir weggerannt sind. Er würde so etwas tun. Ein Monster. Das ist richtig, Reiner. Das war das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben. Was ist das Geräusch? Oh mein Gott, der kommt rein. Oh mein Gott. Oh Gott. Point taken. Kann ich irgendwie speichern? Kann ich speichern? Hilfe! Safe game. Oh, ich kann es wirklich speichern. Ja, hier hin. Ja. Warte, ich speichere das mal hier. Okay. Äh, ich soll jetzt quasi zu den Treppen, äh, Treppen gehen. Schnell. Scheiße, ich hätte vorhin speichern sollen, da hätte ich nämlich das Messer nehmen können, was sie mir wegnehmen wollte, Mensch. Kacke. Okay, als ich zu den Treppen renne, sehe ich ihm, äh, an der Fronttür stehen. Oh Gott. Er, äh, reibt seine Augen mit seinem, äh, Oberteil. Completely drenched from head to foot. Oh Gott, das ist ja graus. Ich würde so durchdrehen, dass es jetzt schon so schnell abgeht, hätte ich nicht gedacht. Er ist komplett durchnässt, von Kopf bis Fuß. Ähm, er versucht zu lachen, aber es sieht einfach nur komplett, komplett gruselig aus. Ich gehe langsamer. Ähm, you slow down your breathing, making it to, äh, ich, äh, bringe mein Atem etwas leiser nach unten, um es quasi schneller und sicher zu den Treppen zu schaffen. Boah, das ist spannend. Okay, ich bin jetzt bei den Treppen. Selina takes out the basement key, locking the door behind. Okay, also, Selina nimmt den, äh, Kellerschlüssel raus und sperrt die Tür hinter uns zu. So, das sollte ihn etwas aufhalten. Kannst du uns anführen, Selina? Natürlich, Selina. Oh mein Gott. He's determined. Also, er macht's kaputt. Na gut. Wir sind direkt hinter dir. Okay, you being, you're descent. Okay. Oh Gott. Also, es geht ab in den Abgrund. You begin, you're descent. Also, wir beginnen quasi herunterzugehen. So. Graveyard Games. Grabsteinspiele. Lass uns, äh, Geister in, in the graveyard tonight. Also, let's play Ghosts in the graveyard. Lass uns quasi Geister am, äh, Friedhof spielen heute Abend. Es ist viel zu dunkel draußen. Was ist, ähm, what if one of the adults catch? Das ist, wenn einer der Erwachsenen uns, äh, erwischt. Wir sind schneller als die. Ach so, wir sind jetzt gerade nicht im Keller, sondern das ist quasi eine andere Sequenz, wo wir, äh, nachts am Friedhof sind und dieses Spiel spielen. Weil man denkt sonst, man, wir sind gerade im Basement und haben Todesangst. So, Reina. Ähm, du wirst der Geist sein, okay? Warum ich? Weil deine Augen in der Dunkelheit am besten sehen könnt. Der perfekte Geist. Selina, ha, ha, ha. Psch, natürlich. Ich werde mich als erstes verstecken. Hey, Oleg. Ja? Du bist langsamer als Bolleck mit deinem, äh, Bauch voll auf, äh, Hering, weil du das letzte Mal so viel gegessen hast. Ähm, versuch ein bisschen schneller zu sein dieses Mal. Vertrau mir, es wird nicht noch mal passieren. Niemand vertraut dir, Oleg. Jeder lacht. Okay, also wir haben schon Erfahrung in der Dunkelheit. You hide behind some equipment at the sawmill. Okay, ich verstecke quasi etwas equipment bei der, ähm, äh, äh, bei der, bei der, beim Sägewerk. It takes the group to out, es brauchte die Gruppe zwei Stunden, um mich zu finden. Bei the time, Selina, bei der Zeit, schrie Selina immer wieder Geist am, äh, im Friedhof. Ähm, du hast bereits, äh, Oleg und Bolleck gefunden. Ach, Eck. Du bist so schnell, Rainer. Niemand schleicht sich an mir vorbei. Niemand. Okay. Rainer, was ist los? Ach, nichts. Ich habe mich nur an etwas erinnert. Wir waren nur ein Flashback. Oleg und Oleg gingen voraus. Es ist keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit davor. Wir müssen gehen. You snap out of it and being your, also quasi, ich raffe mich wieder und wir gehen jetzt drunter. So, jetzt gehen wir wirklich in den Abgrund. Das bedeutet, diese Szenerie war ein Hinweis für mich, wer in was gut ist. die Story wurde uns nur erzählt, weil ich nachher aufteilen muss, vielleicht, wer was macht. Das bedeutet, Rainer ist sehr gut im Fangen und, äh, oder im Verstecken und der andere ist zu langsam, hat aber gute Augen. Ich glaube, das war ein Hinweis. So, he must be searching for the key. Er muss nach dem Schlüssel suchen. Was für ein Idiot. He must be furious to be causing that. Er muss wirklich sehr sauer sein, damit er gerade so viel Schaden anrichtet, weil er zerstört gerade alles. Such den Schlüssel. Oleg, findest du den Lichtschalter hier unten? Ja. Okay, los in Position. Wir müssen jetzt drunter. Oh Gott, das ist gruselig. Vor allem, die kennen sich da gar nicht aus. Der hat voll den Heimvorteil. Okay. die verschlossene Tür hält ihn wirklich sehr beschäftigt. Diese Tür ist wirklich alt. Siehst du den Handgriff? Oh Gott, die Löcher darin? Oh Gott, er kommt runter. Lauft! Oh Gott, wie gruselig. Würde ich nie machen. Die dümmste Idee. Ich hätte mich versteckt, hätte gewartet, bis er die Hütte läuft und dann wäre ich raus aus der Front Door. Deine Augen versuchen weiter unten die Treppen zu erkennen. Du kannst ihn nicht mehr hören. Oh shit, ist so dunkel. Rainer, wir haben etwas Spezielles für dich, was wir dir vorstellen wollen. Raisel, komm schon. The one and only, das Raisel. Oleg, sagt er. Sei nicht zu schüchtern, Raisel. Rainer wird dich nicht beißen. Hi, sagt Raisel. Schön, dich zu treffen. Ich bin Rainer. Ich, jetzt ist es schon okay. Dein Cousin ist great bollig. Ach so, das ist der Cousin von bollig. Dein Cousin ist echt nett bollig. Just wait anyone. Wartet einfach ab. Lasst ihm ein bisschen Zeit. Er wird schon noch zu Wort kommen. Erinnert mich, he memorized every single one grandma told him. Erinnert sich an alles, was, jedes einzelne, was Oma ihm erzählt hat. Grandma hat mir ein Buch gekauft, sagt er. Raisel, dieses Buch hat 500 Seiten, dieses Buch ist 500 Seiten lang. Ja, jeder lacht mit Raisel. Enjoying a nice meal together. Wir haben quasi zusammen gegessen mit Bolligs Familie. Raisel tells Countess Pond jokes. Bollig holds with laughter and the adults shake their heads. Ah, okay, der Raisel hat quasi diese ganzen blöden Witze erzählt und die hat sich der Bollig gemerkt, die er uns die ganze Zeit erzählt. Sein Spaß ist einfach ansteckend. Making Sackupane ist durch ihn eine bessere Stadt geworden. Except for one, außer für jemanden anderen. Reiner, du wirst schon wieder langsamer. Selina, Raisel, was ist mit ihm? Ich, ich erinnere mich an ihn. Ach, ich erinnere mich jetzt an Raisel. Ich verstehe, ich, er, Crew, lass uns weitergehen. Wir gehen weiter runter. Warum erinnern mich, warum haben wir Raisel vergessen und uns nicht mehr an ihn erinnert, wenn wir ihn suchen? Was zur Hölle ist das? The room where it happened. Das ist der Raum, wo es passiert ist. Was? Das Licht funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit, um eine Waffe hier zu finden. Lass uns weiter runtergehen. Ich kann weiter unten ein Licht sehen, unten, bei den Treppen. Das ist doch der Raum, wo es passiert ist. Und meine Schuhe bleiben im Matsch am Boden stecken. Ich kann kaum das Licht an der rechten Tür finden. Da sind drei oder mehrere Türen, nordlich, südlich und westlich. Shit. Selina versucht zuerst die Tür im Norden. Verschlossen. Dieser Raum ist sehr klein. Wie sollen wir hier um ihn herum kommen? Hab keine Angst. Lasst uns nochmal let's try the doors and see if we can lock it from the inside. Okay, lasst uns mal die andere Tür versuchen und gucken, ob wir sie von innen verriegeln können. Welche Rainer? Oh Gott, open the west, east, south. Was war denn da gestanden? Es war south stand nicht da. Das heißt, south ist die hinter uns. Es war uns wurde nur east, west und north vorgeschlagen. Ich mach mal south zu. Locked. The door handle feels oddly warm. Also der Türgriff ist seltsamerweise warm. Okay, dann machen wir mal west. Locked. East. Oh, Selina, Oleg und Bollig. throw open the door, turning around to see him. Oh Gott, was? Scheiße, war das jetzt falsch? Oh nein, da kommt er. Fuck. Ach, das bin ich, Rainer. Die absolut genervte. Die ist ja voll unbeeindruckt. Das bin ja ich, Rainer. Lass uns alleine. Selina stürzt sich davor. Irgendwie erinnert mich sie gerade so ein bisschen an die von Teil 1, die ja auch durchgedreht ist. Die war ja auch genauso. Okay, you left the knives ab. Du hast das Messer oben gelassen, sagt er. Scheiße, ich hätte es mitnehmen sollen. Es ist nur wegen ihr. Es ist 4 gegen 1. Verlass, geh und bleib am Leben. Hahaha, sagt er. Sag hi to Razel for me. Ah, sagt hallo zu Razel und sagt ihm hallo von mir. Oh Gott. Er schnettelt uns alle ab. Scheiße. Und ich bin die Einzige, die lebt. Ich hätte es Messer mitnehmen sollen. Verdammt. Jetzt rennen alle weg. Cooking Companions. Hallo? Was ist jetzt passiert? Wuh, 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 wuh. Ach, jetzt sind wir das Obst geworden. Äh, das Gemüse. Hä? Why? Potato, Raspberry. Warum? Du schließt wieder den, äh, die Schublade. Wir sind, ach, wir sind das Gemüse geworden. Wee Cabbage. Ah, okay. Wee Cabbage. Onion. Brot. Kartoffel. Sie erhalten ihre menschlichen Emotionen zurück. Sie brauchten ein paar Monate. Sie brauchten immerhin ein paar Monate. Ich bin nicht in Eile. Raspberry sagt nichts. Lass uns gehen. Jetzt. du schließt wieder den Draw. Ach, witzig. Jetzt spiele ich wieder den Butcher, der aus den Kindern das gemacht hat. Weil der Butcher, den wir im ersten Teil spielen, der tötet ja alle und frisst die auf. Die sind aber komischerweise Zutaten für Essen geworden. Aber wir tun dem nichts. Ich mache wieder den Draw. Ich spiele jetzt wieder den Butcher, den Mörder. So, nur damit wir mitkommen. So, der Kohl sagt nichts. Die Zwiebel nichts. Das Brot nichts. Die Kartoffel nichts. Und ich habe jetzt quasi die Angewohnheit, jeden Tag reinzugucken, um zu gucken, ob sie endlich ihren Willen loslassen und aufhören zu denken, dass sie Kinder sind. Genau. Ich liebe es, die Hütte zu untersuchen. Ich liebe zu schauen, wo das ganze Geflüster herkommt. Kann ich bitte die Schublade verlassen? Ich nicke. Danke. Möchtest du mit mir kommen, Himbeere? Ich gehe nirgendwo mit dir hin. Haha. Arme, arme Himbeere. Das ist wahrscheinlich die Rainer. Willkommen! Comedy Competition since last time. Ähm. Ich habe etwas Neues zu verkünden. Wer wird dieses Jahr die Jury sein? Ignoriere sie. Ich habe etwas Faszinierendes gefunden, als ich das Loch von den Mäusen in der Wand ausprobiert habe. Ich muss es dir erklären. I need you to explain what the hell I need you to explain what the hell this is. Du musst mir erklären. Ich muss dir erklären, was das hier ist. Oder du musst es mir erklären, was zur Hölle das hier ist. Ah, okay. Das muss er mir erklären. Das hat irgendjemand gemalt. So, Potato. 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 Ähm. Also im Prinzip haben wir, aber warum sind die jetzt so geworden? Hast du ihn etwa fertig gemacht? Oder hast du ihn Angst gemacht, während du gezögert hast? Ich nehme quasi die Zeichnung aus dem Keller mit mir. Wahrscheinlich dieser Razel, glaube ich, oder Razel. Ich werde dir niemals vergeben, was du getan hast. Ich schließe schon wieder die Schublade. Okay. Jetzt öffne ich sie wieder am nächsten Tag. Es ist Zeit, sagt das Cole. Komm, Peties. Sound off. Keine Angst. Onion. Zwiebel ist hier. Wie mein Cousin das Kornbrot gesagt hat. I will rise you to... Ach, das ist dann quasi doch der Eisel, oder? Nee, das ist der... Das ist der Oleg. Okay. Always Mary, Raspberry. Potato? P-P-Potato? Hast du nichts, was du sagen möchtest? Lass mich alleine. Das ist the only way... Das ist die einzige Möglichkeit zu entkommen, Kartoffel. We need to leave. Wir müssen zur selben Zeit verschwinden. Ich verlasse die Hütte nicht. Bitte, Kartoffel. Potato. We want to... Nein. Cabbage tries whispering, but you can clearly hear every word. Also die versuchen quasi zu flüstern, aber ich höre alles. Im Prinzip versuchen die anderen jetzt uns zu überreden oder die Kartoffel zu überreden, mitzuspielen, dass wir jetzt manipuliert sind, damit wir zusammen entkommen können. Sie können uns freilassen. Just play along and maybe they will pity us. Also tu einfach so ein Spiel mit. Vielleicht werden sie Gnade mit uns haben. Ja. Ich arbeite nicht mit ihnen. Aber, aber... Jetzt im Moment? Oder? Ich glaube schon, dass sie das meinen. Mit wem wollen wir arbeiten? Mitleid. Ich habe Mitleid mit ihnen. Ah, okay. Ich verstehe. Ähm, ihr müsst unbedingt den ersten Teil schauen, weil das ist gerade schon die Situation, in der die anderen Leute in der Hütte sind, die vor Hungersnot hier eingesperrt sind. und wir sagen, wir müssen mit denen zusammen arbeiten, damit wir entkommen können. Kann jetzt sein, dass wir die sogar opfern, damit wir entkommen können, aber das kommt noch raus. Also die Potato bemitleidet die anderen, die jetzt in der Hütte gefangen sind, die wir das letzte Mal gespielt haben und ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich der Mörder bin oder ob ich einer der Mitglieder aus der Hütte bin. Das werden wir jetzt noch rausfinden. Nur ein alter, widerlicher, fauliger Geruch. Das reicht. Potato's words cause a regression to steer inside of you. Also regression, also es tut irgendetwas in mir hervorheben. Keeping these intruders around might be entertaining for now. Also diese Eindringlinge hier um mich rum zu haben, könnte sehr lustig sein. Ich mache wieder die Schublade zu und gebe ihnen quasi Zeit über ihre eigenen Gedanken nochmal nachzudenken. So, ich hatte einen komischen Albtraum. Wach auf, sagt die Kartoffel. Undying rage. Okay. Es ist, ich habe gesagt, wach auf. Die anderen verursachen, dass du schwach wirst. Wir müssen dich wieder zurück zum Normalen bringen. Weniger reden, weniger zögern. Vor allem, wenn jemand versucht, stärker als du zu werden. Das macht dich verrückt, habe ich recht? Ich werde dich beobachten! Du fragst dich für wie lange? In diesem Moment? Niemals. Du hustest, weil die Kartoffel in einem, in einer Schicht mit Staub bedeckt ist. Du bist einfach nur widerlich. Also, bist du bereit, zurück zu, gegen deine, gegen deine Albträume zurückzukämpfen? Punish the spirits that have made your life. Die, die Geister zu bestrafen, die dein Leben zur Hölle gemacht haben. Ja oder nein? Boah, ich weiß es nicht. Ja. Perfekt. Lass uns jetzt, äh, let us give them no quarter. Lass uns jetzt zurückschlagen. Schließe deine Augen. Okay. Du, äh, wirst jetzt deine Muskeln, äh, entspannen und du wirst bereit sein für das, was als nächstes kommt. So, also hier geht's nämlich weiter. Ich hab mich jetzt entschieden, wie ihr gesehen habt, der Kartoffel zu sagen, wir werden die alle töten. Wir hatten auch die Möglichkeit, nein zu sagen und, äh, die Leute, die jetzt in der Hütte waren, nicht zu töten. Ich bin jetzt aufgestanden. Hier steht, this will take eight. Es wird, es wird Jahre dauern, um das wieder zu säubern. Du nimmst ein paar Bissen von dem Fleisch. Du hast mehr deiner Menschlichkeit verloren. Du starrst, äh, in den Ofen. Sind sie immer noch sauer auf mich? Du gehst zurück zum Schlafzimmer, um ein, einen Nap zu machen, um ein bisschen zu schlafen. Oh Gott. Oh Gott. Wer von, wer von den allen, äh, hat das hier verursacht? Maria? Anatoli? Gregor? Das sind alle, die vom ersten Teil. Karim? Karim ist die, die durchgedreht ist. Du kommst, gehst wieder zurück ins Bett, schläfst weiter und ich bin quasi der Killer. Ich hatte einen komischen Traum. Tag? Fragezeichen. Ah, ich freue mich von denen, die ich ermordet habe. Ah, okay. Was ist denn das jetzt? Road Game? New Game, Options, Extra, Exit. Escape. Oh mein Gott. Was passiert hier? Okay, ich versuche zu escapen. Wach auf, schlafe, mein schlafe, schlafenes Köpfchen, die Karin. Karin? Das ist die, die ja verrückt geworden ist, weil die nämlich jetzt aus dem ersten Teil, die sind zur Hütte geflohen, weil sie halt unter Hungersnot gelitten haben und ich habe mich ja entschieden, als Gemüse jetzt die auszunutzen und umzubringen, um selber zu entkommen oder beziehungsweise um Vergeltung zu, für Vergeltung zu sorgen. Karin ist nicht hier. Das hört sich an. Looks like something, was? Looks like something whittling again. Das hört sich irgendwie an, wie eine Krille. Na, wir schauen mal. Irgendjemand schnitzt etwas. Ist sie aus dem Kellerraum entkommen? Karin? Keine Antwort. Dein Kopf ist fertig von der ganzen Investigation. Mich würde es mal interessieren, weil ja die Kartoffel, ich weiß gar nicht, wer die Kartoffel sein soll von den fünf. Ist es nicht der, der mit den blonden Haaren? Weil der hetzt ja ganz schön rum. Oh, wieder ein Trick von ihnen. Wer ist immer noch vermisst? Karin? Jemand tappt am Fenster. Oh, den haben wir auch gegessen. Ich kann den leckeren Geschmack nicht mehr aus meinem Mund bekommen. Bist du fertig, Anatoly? Okay. Sie werden immer aggressiver an ihrer Aktion. Ich gehe wieder ins Zimmer und schlafe. Tag 616. Das ist so gruselig einfach. 666. Die beiden sind zurückgekommen nach oben zur Kabine. Wach auf, mein verschlafenes Köpfchen, sagt Karin. Oh Gott. Komm mit mir ins Wohnzimmer. Das ist die, die so durchgedreht ist beim ersten Teil. Nicht diskutieren. Du gehst raus aufs Bett. Oh Gott, da hinten steht schon wieder die Maria, die wir alle aufgegessen haben. Um Gottes Willen. Willkommen. Wir haben alle auf diesen Tag gewartet. Wir haben so sehr uns über diese Möglichkeit herbeigesehnt. Möchtest du mit dem Ritual anfangen? Was für ein Ritual. Das Ritual, das einfach alternative Möglichkeiten für immer festlegt und manifestiert. Und Mistakes mendet. Regrets unrooted. Let the others depart earlier than me. Let me survive this time. Lass mich diesmal überleben. Das bedeutet join hands with us and forth this pact. Okay, die wollen mit mir einen Pakt schließen. Dieses Ritual ist unlikely anything you... Dieses Ritual ist nichts, was ich von dem ich jemals gehört habe. Agree to pact could result in horror worse than death. also wenn ich dem zustimme, kann das schlimmer sein als der Tod. Anger channeled and linked extremely dangerous. Wut ist mit dem Ganzen verbunden. Das ist extrem gefährlich. There might be no going. Es wird quasi keinen zurückgeben zu dieser Entscheidung. Deswegen speichere ich jetzt mal. So, speichern, speichern. Okay. Denk weise, bevor du eine Entscheidung machst. Tutorial. This might be a good time to save the game. Okay. Have you made a decision? Ich nicke. Save Maria oder reject her. Ich kann Maria jetzt retten oder sie ablehnen. Ich rette sie mal. Wunderbar. Nimm meine Hand. Nimm Karins Hand. Ich nehme beide Hände und sie sind eiskalt. Du hast richtig gewählt. Ich bin sehr stolz auf dich. Wir sehen uns bald. Mein Atem beginnt sich zu verlangsamen. Der Frost nimmt die Fenster. Also der Frost zieht über das Fenster. One of your eyes rolls backwards. Eines meiner Augen dreht sich nach hinten causing you to drool a little bit on the floor und ich falle auf den Flur. Wie gruselig. Also ich habe mit mir selber gar kein Mitleid weil ich bin halt der Killer. Something is gone. It is absolut falsch gelaufen. Oh mein Gott. Es war so klar. Anatoly picks the shortest stick first leaving the cabin. Okay. Also ich glaube ich war vorhin als die Potato mit mir gesprochen hat der Killer und ich habe mich von der Potato quasi beeinflussen lassen ob ich die Leute töte oder am Leben lasse. Heißt ich hätte auch alle am Leben lassen können glaube ich. Es gibt so viele Enden bei dem Spiel. Gregor goes und dann Karin. Anatoly, Gregor und Karin. Als die drei gegangen sind bist du nur noch alleine mit Maria. Dankeschön dass du mich äh getting me dass du mich durch all das hier gebracht hast. Maria lächelt eating the meats breaks most people. Also das Essen das Fleisch zu essen bricht die meisten Menschen aber nicht sie. Die Sturm äh die Wolken ähm reißen auf und die Sonne kommt raus. Ich bin so glücklich dass der Sturm endlich weg ist. Ich hätte das nicht ohne dich machen können. Maria öffnet ihre Augen und öfft schaut in deine. Ich möchte bei hier bei dir bleiben und mich auf dich aufpassen. Oh Gott. Alles was ich wollte was? Warum bleibt ihr bei mir all my life? I've been looking for my true calling. Ich hab mein ganzes Leben nach meiner wahren Bestimmung gewartet und jetzt kommst du und du musst mir noch eine Frage beantworten. Ich bin hier 75% of my own free will. 75? 65% by compulsion. Wie witzig. She answered correctly. How did she know? Also sie ist quasi hier nur zur Hälfte selbst äh weil sie will. I bet your art tryst is extremely bothersome. Do you want me to show a special technique my grandmother taught me to help with pain? Möchtest du dass sie eine spezielle Technik zeige die meine Mutter mir gezeigt hat um Schmerzen zu lindern? Ich nicke. Ist wunderbar. Setzt dich hin in den alten Stuhl und lass mich immer anfangen. Ich setze mich nach unten in den Stuhl und schaue zu wie sie mit einem Handtuch und einer Wasserschüssel zurückkommt. Ich hoffe das wird eine wunderbare Beziehung. Ich schließe meine Augen und relaxe. Du schließt deine Augen und Maria lächelt und kommt näher. Oh mein Gott. Maria schmeißt dich zu Boden und steckt das Messer tief in deine Brust. Oh mein Gott. Das würde ich aber auch machen nach allem was war. Es ist endlich vorbei. Keine Opfer mehr. No more grieving parents. Your reign Dein Verlangen nach Terror ist jetzt vorbei. For the past. Du blutest langsam aus. Aber es dauert länger als gedacht. Ich werde jeden in Sackaporn über das erzählen was hier passiert ist. Genau. Once all the remains are recovered. Erst wenn alle Überbleibsel entsorgt sind. Ich werde diese Hütte abbrennen. Versuchst ein paar Worte rauszubringen aber deine Lunge ist vorbei zu kollabieren. Rede nicht. Also ich höre immer schlechter und ich verliere das Bewusstsein. Ich kann halt eigentlich kein Mitleid haben weil wir sind einfach der Mörder der alle umgebracht hat. Es ist wunderbar dich vor mir sterben zu sehen. Und dann Asche. Mein Körper gibt jetzt auf. Also ich bin jetzt quasi tot. A storm cloud lifts off every town. Eine Sturm Wolke zieht auf. Okay ich glaube dass ich jetzt als Killer tot bin. Offiziell. After the events in the Tatras Mountains Maria embraced her destiny. Okay sie ist quasi entkommen. The lesson of the cabin would break most people but Maria used it to become a stronger person. Okay also die Lektion aus der Hütte wird die meisten Leute eigentlich brechen aber Maria hat es quasi benutzt oder dafür genutzt um eine stärkere Person zu werden. Nachdem sie Anatoly Gregor und Karin begraben hat sie hat mit die polnischen Regierung und hat quasi mit der polnischen Regierung zusammen gearbeitet ist dann zurück in die Ukraine gegangen im april 1945 Maria ist selected to attend a conference wurde sie ausgewählt um eine Konferenz in San Francisco zu halten sie ist picked over Dimitri Manu Manuilski to represent Ukraine at the first meeting of the nation sie wurde quasi gewählt um quasi die Ukraine zu repräsentieren in einem Treffen der United Nations elected to the first committee she held create the pramble and chapter one also sie hat quasi vom Komitee in Preis erhalten Jahre später she would go on to form a committee to investigate typical beings also sie hat quasi eine eine etwas gegründet was sich quasi für komisches verhalten wie soll ich sagen also sie hat sowas wie ein wie sagt man eine stiftung und komitee gegründet die sich quasi für auffälliges komisches verhalten quasi einsetzt und den Leuten hilft using the cabin as a blueprint countries around the world being to document the number of novelties impact everything from death rates of food peace prices ja also es gibt es ging ja quasi auch in hungersnot und diese hütte ist quasi das beste beispiel dafür was passiert wenn menschen halt auf der welt hungern und was für abnormal tete sachen das was für abnormale sachen menschen tun wenn sie halt hunger haben the committee's investigation revealed that many historical events were swayed either directly or indirectly by the atypical beings maria provided experts testimony for many of the trials that took place the book and notes found the cabin gave happily inside wollte sie nicht verbrennen also sie sagt quasi es gibt jetzt notizen die aus dieser hütte die quasi zeigen die ersten anzeichen zeigen wie so ein komisches verhalten wie der typ hatte und zwar kannibalismus und abschlachten von menschen aber ich dachte sie hat alles abgebrannt aber sie hat wirklich das beste draus gemacht die hütte steht noch when she reached als sie 85 jahre alt geworden ist kam maria wieder zurück ah ne sie ist an cancer gestorben sorry surrounded by loved ones she tells everyone in the room about the cabin ah ok sie ist mit 85 gestorben an krebs und als sie quasi ihre geliebten menschen um sie rum standen hat sie denen allen erzählt was in der hütte damals passiert ist sie sagt ich vermisse sie anatoly gregor und karin aber ich kann diese welt mit allen von euch geteilt ich bin mir sicher gregor würde jetzt lachen am 15 märz ist maria gestorben wegen komplikationen aber ihre liebsten waren um sie herum die städte wurden wieder sicher und kinder konnten wieder alles frei und ohne sorge exploren also quasi untersuchen wann findet man die deutschen wörter nicht sie konnten quasi jetzt ohne irgendwelche probleme rausgehen und mussten keine angst mehr haben und konnten alles erforschen was sie wollten die welt ist jetzt ein besserer ort dank ihren aktionen aber habe ich nicht gesagt dass ich ihnen nicht helfen will cooking companions das ist so gruselig mann um himmels willen ja das war eines von vielen anderen enden das übrigens reina der verschwunden ist ihr könnt viele entscheidungen treffen einmal wenn ihr das spiel nochmal von vorne spielt das messer mitnimmt oder wenn ihr quasi der kartoffel sagt nein wir werden trotzdem alle einfach tot lassen ich habe mich ja dazu entschieden alle wieder zu beleben das ist ja schief gegangen dadurch sind leider Karin Anatoly und der andere gestorben nur Maria hat überlebt es kam so ein bisschen rüber es hätte Maria von Karin irgendwie dann ein bisschen den Charakter übernommen sie hat sich an mich verliebt hat mich dann trotzdem umgebracht das war glaube ich so ein bisschen das bessere Ende ich habe wie gesagt kein Mitleid mit dem Protagonist den wir spielen weil der bringt ja alle um vielleicht wisst ihr was mit diesen Competies jetzt auf sich hat weil die haben ja auch alle mich manipuliert ich glaube dass manche wollten dass ich das ganze beende in dem der killer endlich gefasst wird sie entkommen können wieder andere sind verrückt geworden und wollten eben dass es ist ein bisschen verwirrt er redet auch immer vom protagonist she also sie das hat mich auch ein bisschen verwirrt deswegen schaut euch das gerne an und dann schreibt mir in die kommentare was eure meinung ist was ihr interpretiert ich interpretiere es jetzt so oder beziehungsweise das ist so habe ich es aufgefasst dass wir jetzt in dieses Gemüse verwandelt worden sind der Killer versucht quasi die kommentare ich bin sehr gespannt vielleicht ist mir was entgangen jedenfalls gibt es noch weitere enden ich glaube sehr sehr viele deswegen checkt es gerne selber aus schreibt mir gerne die kommentare welche enden ihr bekommen habt und lasst gerne einen Daumen nach oben da beim Abo würde ich an bei bei Untertitelung des ZDF, 2020